Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Letzte Runde vom Bad Schwartower Open. Die siebte, der vierte Tag und ich war schon ein bisschen gebeutelt, also ich war ein bisschen durch am letzten Tag. Es hatte so gut angefangen und dann ging's bergab und gerade nach den zwei bitteren Niederlagen am Tag 3 war ich irgendwie mit dem Turnier zu Ende. Aber es war ja noch ein Spiel und mein Ziel ist ja immer eine positive Bilanz zu schaffen. Also das konnte ich ja noch schaffen aus eigener Kraft mit dem letzten Spiel. Aber so rein von der Konzentration und so, es war nicht mehr so toll. Am Abend vorher hatte ich geschaut, wer ist mein Gegner und ich habe gesehen, es ist die Ida Clara gewesen. Dann habe ich mal auf Chessbase geguckt, weil ich wissen wollte, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mädchen. Und die Ida ist ein Mädchen, 13 Jahre alt, aber die WZ eine 1400er Spielerin. Elo aktuell nur 1300, aber die DWZ ist da aussagekräftiger. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen ein Trauma mit 1400er Gegnern. Ich weiß eigentlich gar nicht genau warum, aber die 1400er Gegner, die kennen ihre Öffnung sehr gut. Sie sehen Taktiken und sie kennen die grundlegenden Endspiele. Und ich habe mich immer schwer getan gegen 1400er Gegner. Ich habe ganz selten gewonnen, ganz viele Remis, sogar auch verloren. Und deswegen habe ich großen Respekt gehabt. Ich habe auf Chessbase auch gesehen, dass sie dort einige hochkarätige Turniere mitgespielt hat, Mädchenturniere, da sehr erfolgreich war. Es gab da auch ein paar aktuelle Partien, da hatte sie überall C4 gespielt. Nun gut, ich war motiviert, ich war vielleicht aber nicht mehr so konzentriert. C4 hat mich nicht überrascht, hatte ich ja gesehen. Und ich spiele die Karokan Variante. Ganz einfach, weil ich diese Strukturen aus Karokan denn auch kenne. Sie entwickelt ganz normal. Ich kommen sozusagen mit dem Vorstoß. Sie tauscht auch. Spielt sie T4, ganz normal. Sie entwickelt weiter, wie ich auch. Und jetzt fielen kettiert sie. Das ist alles soweit im Grunde meine Öffnungsvorbereitung, das was ich normal spiele. Jetzt Läufer raus. Danach E6, Läufer E7, Rochade. Allzu viel weiter geht meine Eröffnungsvorbereitung da nicht. Sie fiel kettiert. Spielt Rochade. Und hier habe ich gedacht, naja gut, sie spielt das ja relativ langsam. Dann habe ich ja ein bisschen Zeit auch. Wenn ich nämlich jetzt hier Läufer E7 spiele, dann könnte sie auf die Idee kommen, mir vielleicht meinen Läufer wegtauschen zu wollen. Lass mich doch mal das Läuferpaar behalten. Vielleicht möchte sie auch den Springer fesseln oder so. Lass mich doch mal erstmal H6 spielen. Dadurch kontrolliere ich dieses Feld und ich verhindere, dass mir der Läufer, das Läuferpaar, weggetauscht wird. Ein erster Schritt in die falsche Richtung. Jetzt kommt sie schon aggressiv hier mit der Dame an. Ich spiele A6 und huch, habe ich da was übersehen? Habe ich da einen Bauern eingestellt? Nein, das ist natürlich ein Trick. Den Bauern kann man nicht nehmen, weil jetzt die Dame gefangen ist. Die Dame hat kein Feld mehr. Also so schnell hätte es zu Ende sein können. Den Trick kannte sie aber und spielt stattdessen den Springer rein. Und jetzt sollte ich mal mit dem Turm den Bauern decken oder endlich mal Läufer E7 spielen. Springer A5 funktioniert auch, deckt den Bauern, greift die Dame an. Ich hatte hier aber die Idee, lass mich mal den anderen Springer zurückspielen und sie dazu zwingen, dass sie tauschen muss. Einfach damit sie dort nicht den Springer bei mir drin stehen hat. Sie tauscht jetzt auch. Und jetzt war ich zufrieden. Weil jetzt kann ich den Läufer rausspielen, auch harte machen. Später habe ich dann schön den Bauernvorstoß. C5. Jetzt war ich zufrieden. Bloß dummerweise merkte man hier, dass die Ida viel mehr Erfahrung mit Englisch hat als ich und mit diesen Stellungen Erfahrung hat. Und sie hat sofort erkannt, wo das Problem ist für Schwarz. Das Problem ist, König steht noch in der Mitte. Und deshalb kommt sie hier direkt aggressiv im Zentrum an. Und mit dem hatte ich nicht so gerechnet. Ich könnte ihn jetzt schlagen, aber da könnte ich jetzt nicht behaupten, dass das gut aussieht. Ich habe gedacht, naja gut, wozu habe ich mir das Feld freigemacht? Lass mich da mal den Läufer hinstellen. Bloß jetzt schlägt sie hier. Na gut, ich schlage zurück. Und hier hatte ich plötzlich gedacht, ups, kann sie etwa hier reinopfern? Und da wurde mir ein bisschen mulmig. Na gut, wenn ich den schlage, dann kommt der andere rein. Jetzt hängt dieser Bauer hier mit Schach. Der Turm kann rüberkommen. Der Turm ist angegriffen. Na gut, der Turm kann sich vielleicht retten. Ach du liebe Güte. Sie wird doch nicht. Und sie spielt auch da. Puh. Ach du Gott sei Dank. Da bin ich ja noch mal. Das war knapp. Spiel schnell den Läufer dazwischen. Bloß da hatte ich Ida unterschätzt, denn rums kommt der Läufer reingehauen. Junge, da musste ich erstmal durchatmen. Das ist auch so ein Tipp, wenn ihr überrascht werdet von so etwas und wenn ihr von 13-jährigen Mädchen überrannt werdet. Mal ganz ruhig durch die Nase atmen und mal runterkommen. Ach du liebe Güte. Wegnehmen kann ich ihn nicht. Ich kann ihn nicht wegnehmen, weil jetzt einfach hier der ganze Druck ist. Ich müsste jetzt den Läufer hergeben, hätte jetzt aber einfach zwei Bauern weniger und eine bescheidene Stellung. Also es wäre verloren. Das geht nicht. Und dann muss man sich einfach sagen, okay. Reset. Ich habe eben einen Bauern verloren. Und dann muss man sich einreden und sagen, ich habe diesen Bauern einfach geopfert. Wenn ihr irgendwo einen Bauern einstellt, dann sagt ihr nicht, okay. Blöd. Haben Bauern verloren. Sondern ihr sagt, naja gut. Dafür habe ich aber jetzt eine offene Linie. Oder dafür habe ich jetzt irgendeine Diagonale. Ihr müsst denn euch selber ein bisschen in die Tasche lügen und euch die Vorteile jetzt klar machen. Und müsst eben sagen, okay. Denn ist es eben so. Erstmal den Turm retten. Hochharde machen und sagen, okay. Dann habe ich eben Bauern verloren. Was soll's. Dafür hast du jetzt hier auch einen schwachen Isolani. Die tun ja auch noch nicht viel. Die Dame ist auch wieder zurück auf Los. Also das wird schon. Ich versuche erstmal das Feld von den Bauern zu kontrollieren, damit sie den Isolani nicht einfach los werden kann. Aber auch hier macht sie es genau richtig. Bevor der Isolani irgendwann eine Schwäche wird, geht sie einfach vor und gibt den her. Ich tausche weiter. Und jetzt kommt sie mit der Dame, weil sie hat ja ein Bauernmeer und möchte gerne weiter tauschen. Ich kann hier den Abtauschen nicht wirklich aus dem Weg gehen. Ich muss ja auch noch den Läufer decken. Ich gehe mit dem Läufer raus. Und jetzt ahnt ihr langsam, was ich meinte mit, man muss dann auf Aktivität von den Figuren spielen. Sie tauscht weiter. Und jetzt haben wir diese Stellung. Natürlich weiß hat ein Bauernmeer. Aber wer hat jetzt die besseren Figuren? Meine Figuren haben alle mehr Aktivität. Das ist so ähnlich wie im Benko Gambit oder im Volker Gambit, dass man sagt, okay, man gibt am Rand Bauern, hat dafür aber offene Linien, um Druck auszuüben. Und das habe ich auch. Ich habe hier jetzt richtig Druck. Der passt im Grunde nur auf den Bauern auf. Der kann sich nicht entwickeln. Der kann auch nicht rüber. Und darauf spiele ich. Und da war ich mir auch sicher, das halte ich Remi. Ich habe aber auch hier immer mehr gemerkt, dass ich auch nicht wirklich mehr so konzentriert war. Das merke ich bei mir oft daran, wenn ich denn Züge anfange, falsch aufzuschreiben. Und hier ist mir ein paar Mal was passiert. Das ist ganz untypisch. Ihr habt die Uhr nicht gedrückt. Die Ida war schon ganz irritiert. Sie hat dann mal so gezeigt. Ich bin dann Zug gemacht, aufgestanden, was gegessen, sonst was. Da hat sie mich irgendwie so hinterher geguckt. Was hat sie denn? Bin ich wieder zurück? Hab ich was vergessen? Hatte ich wieder vergessen, die Uhr zu drücken? Also da merkt man einfach, ich war auch nicht mehr so gut drauf. Also das Turnier war dann irgendwie vielleicht doch ein Tag zu lang für mich gewesen. Die Ida, die war noch sehr konzentriert. Und die hat auch am Bretten sehr konzentrierten Eindruck gemacht. Manchmal musste ich ein bisschen lächeln, weil sie hatte dann so Houthi, und hatte so drüber und dann saß sie da so. So wie so Darth Vader für Arme. Das war ganz nett. Nur gut. A4 versucht irgendwie den Turm ins Spiel zu bringen. Ich versuche zu verhindern, dass sie hier mit Tempo den Läufer entwickeln kann. Sie geht auf den Bauern los. Ich decke den Bauern. F4 fand ich jetzt nicht gut, weil das macht den König schon sehr offen. Ich gebe erst mal das Schach. Sie geht in die Ecke. Finde ich auch nicht so gut. Also ich glaube hier vielleicht einfach den Läufer dazwischen und dann den Bauern wieder zurückgeben. Sie geht aber in die Ecke. War also noch motiviert, engagiert. Sie wollte gewinnen. Aber jetzt hat man natürlich schon irgendwie so Ideen, wenn ich den irgendwie hier hinspielen könnte. Geht natürlich nicht. Ich versuche erst mal hier die Bauern festzulegen, damit da nichts passiert. Sie geht direkt weiter. Der Bauer ist gerade angegriffen. Na ja gut, der ist auch noch gedeckt durch den Turm. Jetzt ist der Läufer und der Bauer angegriffen. Ich gehe jetzt zurück, damit es kein Schach ist, wenn sie den Bauern schlägt. Jetzt schlage ich zurück. Und jetzt steht der schon ganz gut. Es war wieder ein Bauern gekostet, aber egal. Und hier hat sie jetzt Remi angeboten. Da wusste ich jetzt, okay, sie spielt dann doch nicht mehr auf Sieg. Remi reicht ihr. Na ja gut, nach DWZ bin ich auch einiges stärker als sie. Da wäre sie wahrscheinlich jetzt mit dem Remi zufrieden gewesen. Vor allen Dingen, da sie den ja auch verliert. Aber Remi-Angebote nehme ich eigentlich grundsätzlich nicht an. Ich spiele einfach weiter. Habe den genommen. Und das ist jetzt immer noch viel unangenehmer für VICE. Es ist aber auch alles sehr schwer zu rechnen. Also hier gibt es schon einige Siegwege für mich, die ich aber nicht gefunden habe. Weil es auch alles sehr kompliziert zu rechnen ist. Ich habe denn hier so gerechnet, kann ich hier angreifen und so weiter. Und was bringt das? Hier würde zum Beispiel Vorteil bringen, Turm B1. Na gut, dann deckt man den Läufer. Und noch ein Schach. Andere Läufer dazwischen. Jetzt verdoppelt man hier. Jetzt verliert man aber zwar den, aber schlägt hier rein, kann den weiterschlagen. Also das wäre jetzt sehr gut für Schwarz. War mir zu kompliziert, habe ich nicht gesehen. Ich gehe also zurück. Macht ja nichts kaputt. Ich habe es ja auch nicht so eilig jetzt. Angriff und Gegenangriff. Ich gehe wieder weg. Jeder greift wieder an. Und hier habe ich jetzt den Gewinnweg gesehen. Ich habe es aber irgendwie nicht bis zum Ende gerechnet gekriegt. Es war schwierig. Also ihr könnt es ja auch mal versuchen. Macht mal Pause, sucht mal. Es ist ein bisschen leichter, wenn man weiß, hier ist jetzt ein Gewinnweg. Aber ich habe ihn am Brett nicht gefunden. Es war mir irgendwie zu schwierig und zu unklar. Ich hatte mal die richtige Idee gesehen. Ich hatte aber die Idee irgendwie nicht festhalten können. Was mich hinterher in der Analyse geärgert hat, weil ich dachte, ich habe es doch eigentlich gesehen. Warum habe ich das nicht zu Ende rechnen können? Und zwar überlegte ich, kann ich den nicht jetzt eigentlich wegnehmen? Und den kann ich tatsächlich wegnehmen. Wenn weiß den Turm zurückschlägt und den immer noch angreift, dann kann ich hier Schach geben. Und wenn er rausgeht, kann ich so meinen Läufer retten. Und das hatte ich auch mal ansatzweise im Kopf gesehen, diesen Läuferzug. Habe es aber irgendwie nicht zusammengekriegt. Alternativ dazu könnte weiß natürlich auch den so schlagen. Aber dann könnte man den Läufer fesseln. Und jetzt so kreuzfesseln. Und das wäre auch gewonnen. Ich habe das hier in der Stellung aber nicht auf die Reihe gebracht, alles korrekt durchzurechnen. Und habe dann aufgegeben, habe gesagt, ich mache einen Zug, der nichts verdirbt. Gebe jetzt das Schach. Jetzt wird einmal getauscht. Sie bittet den nächsten Tausch an. Ich weiche dem aus. Und halte jetzt nicht an dem Bauern fest, sondern siehe bloß zu, dass ich den gewinne. Und jetzt ist die Stellung immer noch ausgeglichen. Aber es ist viel gefährlicher und unangenehmer für weiß. Machen wir einfach mal einen Blödsinn-Zug. Denn ist das schon gewonnen. Da sieht man, wie gefährlich das ist, wenn man es schafft, auf der zweiten oder auf der siebten Reihe zu verdoppeln. Das ist jetzt wirklich ganz unangenehm. Ist nun überhaupt noch nicht gewonnen. Wenn jetzt zum Beispiel weiß einfach den Bauern gibt und den Läufer hier zurückzieht, um das Feld zu decken. Das ist alles Remis, aber ist natürlich schwierig. Jetzt hole ich mir mal den Bauern. Drohe mit einem Mat. Sie verändert es. Ich habe Zeit. Aber auch keinen so richtigen Plan. Versuche jetzt noch den letzten Bauern zu gewinnen. Sie deckt den. Ich gehe nochmal drauf. Er geht vor. Ich will jetzt nicht tauschen. Sonst haben wir bloß ein Endspiel, das Remis ist. Deswegen gehe ich vorbei. Ich drohe wieder mit einem Mat. Und jetzt erzwinge ich hier den Abtausch. Sie geht auf den Bauern los. Am besten sollte ich den decken. Ich habe gedacht, ich decke den hier durch die Figur durch einfach mal. Sie tauscht. Und jetzt gewinne ich den Bauern. Zack, da habe ich ihn. Und jetzt warten wir auch schon über vier Stunden gespielt inzwischen. Ich hatte ein paar Mal vergessen, die Uhr zu drücken. Aber es passte noch alles von der Zeit her, weil Ida hat mich ja immer fair daran erinnert. Aber von der Zeit hatte ich jetzt kein Problem. Jetzt versuche ich erstmal hier so ein bisschen den König abzuschneiden. Und jetzt versuche ich mit dem König und den Bauern vorzurücken. Und hier hat Ida jetzt aufgegeben. Und da war ich ein bisschen überrascht. Habe ihr aber jetzt nichts gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, nächstes Jahr spielen wir wieder gegeneinander und dann gewinnst du, habe ich gesagt. Aber mehr habe ich dann nicht gesagt. Sie wird es in der Analyse ja auch gesehen haben, dass das eigentlich noch eine Remisstellung ist. Das ist so bei Turmendspielen. Turmendspiele sind ganz oft Remis, vor allen Dingen, wenn der König gut steht. Dann ist das ganz oft noch Remis. Vor allen Dingen, wenn die angreifende Seite keine verbundenen Freibauern hat. In der ersten Runde hatte ich das gleiche Endspiel, aber mit den Bauern hier, mit zwei verbundenen Freibauern. Und dann ist es locker gewonnen. Aber mit geteilten Bauern ist es eigentlich ein Remis. Es ist aber ein sehr schweres Remis. Die Idee so grob ist, man parkt den Turm hier unten und dann gibt man immer von hinten Schachs, geht wieder zurück, gibt von der Seite Schach und der König steht ideal. Und es ist kaum möglich weiter vorzurücken. Aber es ist trotzdem möglich. Und es ist eine lange Quälerei. Und selbst Topspieler haben solch ein Turmendspiel verloren. Also keine Frage. Und Ida dachte, es ist verloren. Vielleicht war sie ein bisschen demoralisiert inzwischen und hat es nicht mehr zu Ende gespielt. Nur gut, werde ich mich jetzt nicht beschweren. Fazit aus dieser Partie. Wenn man wirklich einen Bauern einstellt, erstmal runterkommen. Es passiert immer mal, dass man was übersieht. Es ist nur ein Bauer. Dann muss man versuchen, alle anderen Figuren zu aktivieren. Und diese Aktivität kann ein Bauern sehr gut kompensieren. Fazit Turnier. Wer hat gewonnen? Es hat gewonnen, der 17-jährige FM Bornhold hat gewonnen. Vor Bruno Engel. Das war der junge YouTuber, gegen den ich verloren habe. Vor Kachatrian. Ich glaube, das war der Sieger 2019, als ich zum ersten Mal mitgespielt habe. Und wenn wir runtergehen. Insgesamt gab es ja 113 Teilnehmer. Auf Platz 36 bin ich eingekommen. Also 36. Eine positive Bilanz. Plus 1. Ganz okay. Also mein Ziel, positive Bilanz, habe ich erreicht. Womit war ich nicht zufrieden? Ich war nicht zufrieden mit 3 Niederlagen in 7 Runden. Zufrieden war ich natürlich mit 4 Siegen in 7 Runden. 4 Siege in 7 Runden ist super. Aber 3 Niederlagen, dass ich da nicht von wenigstens eine Partie Remie halten konnte. Das hat mich gewurmt. Was hat mich noch gewurmt? Gewurmt hat mich, wenn ich mal meine DWZ-Entwicklung sehe, über meine Jahre. Also hier war meine erste DWZ 2017. Mit 1451 und die blaue Linie ist die DWZ, geht immer leicht hoch und ist inzwischen auf 1784. Das Gelbe, das ist die Leistung, die ich gespielt habe. Ihr seht, hier habe ich mal starke Leistung gespielt. Dadurch ging die DWZ hoch. Da habe ich also auch stärker gespielt, als eigentlich meine DWZ ist. Dann habe ich auch mal ein grottiges Turnier gehabt, wo ich viel schlechter gespielt. Da ging die DWZ wieder runter. Und diese Leistungskurve schwankt um die DWZ-Kurve und sie schwankt immer weniger. Und ich habe es in Bad Schwartow tatsächlich geschafft, keine DWZ zu gewinnen, aber auch keine zu verlieren. Also ich habe genau die Leistung gespielt, die meiner DWZ entspricht. Das liegt auch daran, dass ein Sieg nicht berücksichtigt wurde, weil mein Gegner keine DWZ hatte. Das war der achtjährige Junge aus der ersten Runde. Und mein Ziel dieses Jahr ist es ja 1800 zu schaffen und mich auf 1820 festzubeißen und dann perspektivisch von da zu schauen, wie kann ich weiter vorgehen. Also ich dachte, mein Plateau, Schachspieler entwickeln sich ja immer so auf Plateaus, sammeln denn mehr Wissen, manchmal geht es sogar wieder leicht hoch runter und dann geht es hoch zum nächsten Plateau. Und ich dachte, mein Plateau wäre bei 1820. Wenn ich das sehe, wie die Leistung sich einpendelt, scheint mein Plateau eher bei 1780 zu sein. Also das war für mich ein bisschen das Ernüchternde. Ich möchte hier aber nicht mit etwas Negativen aufhören, denn das Turnier war insgesamt keine Enttäuschung für mich. Ich hatte vier Siege, ich hätte nie gedacht, dass ich vier Siege schaffe. Und darunter waren Siege gegen starke Gegner. Auch die Ida in der letzten Runde waren so ein harter Brocken. Die hat mich noch so gefordert, bis ich sie wirklich so ausgespielt hatte. Und das war ein richtiger harter Kampf. Und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Das zeigt mir eben auch, dass ich auf dem Niveau, zum Beispiel mit den 1800ern, mitspielen kann und auch aus eigener Kraft gewinnen kann, wenn ich es mir einfach nur zutraue. Und das ist das Positive. Und was noch das Positive ist, ich habe satt Elo gewonnen. Ich habe also 30 Elo-Punkte gewonnen, über 30, und bin damit über 1700 Elo. Das klingt doch schon mal besser als 1669. Also, nach Elo ein Erfolg. Nach Erfahrung auch ein großer Erfolg. Nach DvZ nicht, aber man kann nicht alles haben. Das war das Bad Schwartor Open. Ich hoffe, das war für euch interessant. Ich habe das mal hier in epischer Breite dargestellt. Das werde ich sicherlich nicht immer machen. Aber diesmal habe ich mir gerne die Zeit genommen. Dann bis zum nächsten Mal, vielleicht in der Kreisklasse, vielleicht mal wieder irgendein Lehrvideo, eine Eröffnung. Wir werden sehen, was mir in den Sinn kommt. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.